Willkommen zu 9-4-Game-X-Pin. Gib's ihm. Von Null auf Minimal. Move it, man, move it! The guy with the bag must have got hit. He's bleeding all over the place. He's not the only one. Come on. I think he went this way. So this was it. My easy retirement money. My blood-stained 401k. A chance to drink for free while chaperoning socialites around town and making sure the poor people didn't get too close. The brochure sure didn't mention any of this shit. The Max Payne will immer sein Sprüche. Die schleppen uns durch die Gänge. Durch die Unkleiderahme. Oh Gott, warte hier einen Moment. Nicht ein Problem. Hey, Boxer, komm! Ich bin jetzt in der Boxer! Wow. Looks like I missed all the fun. You see there, Grandpa? Come on. I'm getting flashbacks. That wedding we worked in Aruba. Yeah. Back to the good old days when I thought I might actually like this job. Hey, careful, my friend. That's blast for me in this town. You okay, bro? Never better. Whose idea was this anyway? Yeah, I wonder. Is it bad? Could be a lot worse. Here. Thank you. Alright. Here we go. Put the sleeve off, come on. Alright, don't be a pussy. Don't be a pussy now. We make sure that the bright clowns get the money. Who the hell do you think that was? Tried to gate crash our little wine and cheese party. I have no idea. This is Sao Paulo, brother. Could be anyone. Anyone with access to high-powered sniper rifles and trained killers. That's pretty much everyone. Great. So what now, Einstein? Well, I guess we get this Comando Sombra their money and make sure they know we did not try to trick them otherwise. Fabiana? She won't come back in such a shame. We're going to read a mere gringos. Come on, come on. Okay, drive-stück. And let's go. Oh,真 cool. Kopfschuss. So, jetzt geht's wieder. Jetzt sind wir mit dem Arm verbunden. Jetzt sind wir wieder wie neu geboren. Demunition, jawohl. Oh, ein Shotgun. Nehmen wir natürlich mit. Alles was wir kriegen können. Wir sind quasi im Stadion von Sao Paolo. Wir sind nicht so gut. Es war nicht so gut. Es war gar nicht so gut. Es war gar nicht so gut. Ich glaube, ich muss das Geld vergessen. Okay, komm mal. Los geht's. Die Kinder. Woher geht's? Was haben wir hier? Sie haben Geld? Nein. Aber er wird uns nicht so gut sagen. Was ist der Fall? Ihr Kind. Was ist da unten? Wer hat uns? Wer sind die Flanker? Wer sind die Flanker? Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Wer sind Sie? Wer sind Sie verabschieden? Wir haben Geld. Hirte? Wir haben Geld. Wir haben Geld. Wir haben Geld. Chozen Wir haben Geld. Wir haben Geld. Donnerstag. Wir treuern. Ich bin scherp. Wer Turn chicos mal Nähe Luca. Komm schon, rede, rede, sprich. Es ist ja nicht so schwer. Oh, sch***. Er weiß es nicht. Ich bin nicht so, Romain. 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 Schmeiß mal ein Pencil da rein. Da geht es nicht rein. Wurde, haben wir weggeschrutet. Du bist okay? Das gleiche wie vorhin. Ich freue mich auf diese Scheiße raus. Los geht's, Max! Es gibt mehr Trophäe und Spielplanungen. Es war sehr lange Zeit, seitdem ich einen von ihnen hatte. Es war nicht so, dass wir die einzigen Menschen, die von ihnen getötet wurden. Wer hat diese Leute ausgesucht? Ich weiß nicht mehr, was zu denken. Diese Stadt hat mehr Schmuck und Schmuck, als eine Stripclub-Locker room. In da, in da. In dieser Strip. Ich habe eine Bala in der Hüte, Alter! Hey! Hey, geh! Ich bin der Ratsch, Alter! Sie sollten ihn durchgezogen werden. Ich habe die Tür. Sie sind gut genug. Geh, 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 geh! Weren Sie die Polizei? Sie haben mich gesagt. Ich denke nicht so. Sie sehen, wie es politisch ist. I'll break it up. Stop, Jesus, I'll break it up! Putz, que pardus! They're going after the cash, I've had enough of these fools. Lass, lass, lass! Come on, what are you doing?! Wo haben wir noch Glück gehabt? Wo ist ein M.A.M.G? Das ist immer noch mal noch was alles. Das war eine dumme Idee. Aber Passos war sicher nicht so Angst zu gehen. Oh, oh. Woah. Ist die da oben noch da? Noch mal. Was haben wir denn für die beschissene Waffe? Puh. Die sind aber tot, oder? Noch einer. Puh, ziemlich viel Leben verloren. Das ist klar. Los geht's, wenn wir die Chance haben. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Mit einer Intimate Short Rage. . 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 Okay, so haben wir wenigstens Rückendeckung. . Der Mann, der Mann, der Mann! Sieht sich aus den Ständen. Der Mann, der Mann mit dem Böden! Schau, sie haben den Mann mit dem Böden! Bleib hier, mich verletzt. Ich werde nach ihm. Und auf den Kopf. Dann geht's mit den Manns auf der anderen Seite des Flins! Du gehst die anderen! Was auch immer du sagst. Die Waffe ist so schlecht oder bin ich so schlecht? Granate? Die ist zugesperrt. Oh, oh. Gut, dass wir die Zeitluke haben. Sie sind gleich tot. Noch einer? Wie viele noch? Zeig dich! Okay, die will aber nicht auf den Weg gehen. Sie sind ganz weg. Das ist ein Brutal. Es sind Pinkillers. Wie geht's weiter? All right, I'm inside. Looks like a VIP Lounge or something. I'm gonna check it out. Die Ebs werden uns matar, wenn wir nicht mehr mit Geld haben. Ja, menina. Alguma Alpinista Social. Was ist passiert? Das ist genau wie es so wie kommen wir. Was ist das? Was ist das? Was steht das? Wasp? giving mir nichts will, wasp? Oh oh Die ist so ungenau Die MP Unglaublich Oh oh Jetzt gehen wir unten rum Kann hier nur die Uzi mitnehmen Jawohl Die ist viel besser Fühl ich auch nicht für die Empfehlung So wo ist er denn? Zeig dich Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht, schau ihn an! Claudio, der Golden Boy. Er hat sicher die falsche Partie auf der falschen Nacht gewählt. Obwohl, wenn die letzte Woche nichts übergehen war, sind sie sicher, dass jeder Partie mit den Broncos in Zeitung der falsche Partie gewesen wäre, der falsche Partie zu sein. Das ist der, wo auf der Partie war, der Claudio. Sieht aus wie irgendeinem Begründungsfluss. Wo gehst du hin? Ich gehe hoch. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist nicht gut. Ist er das Geld? Nein, nur die Leute, die mich anrufen. Ich weiß nicht. Unsere Begründung haben viele Freunde gebracht. Alles klar, ich bin in der Oberfläche. Ich sehe dich. Schau dich, du hast Beziehung. Ja, das ist klar. Kommt hoch. Blenden einen. Oben kommt einer Schatzsitzig Pension Setz mein Muster runter Kommt, geht, geht Okay, ich bin Der Typ, Acheira, Acheira Oh, jetzt dürfen wir den Sniper spielen What about the kid with the money? I don't even Must be still in this section Wait! Hang on What's happening, Passos? Shit There's a whole gang ahead of my way I'm almost out of ammo, bro I'm making a run for it Alright I'll try to clear you some space I'm going back in, bro Okay, jetzt sind wir gefrackt Don't tell me you're in ammo as well Get one left Zack Sind schon Hammer die Animationen Und weiter geht's Und weiter geht's Okay Damn, it's locked Try the other side Can I catch a fucking break here? Both of them Bring Me Back Just stay one olf Limited Er ist schon gut, was sie kommen? Ich bin auf dem Boden. Ich bin auf dem Boden! Wenn es ihr sehen, ist das gut. Alles klar! Ich bin zu gehen. Alles klar! Ich bin zu gehen! Auf dem Boden! Auf dem Boden! Auf dem Boden! Jetzt! Das war zu nahe. Ich bin rein, bevor ich noch mehr rauskomme. Ich bin klar, Max. Verdammt, Mann. Das war nicht Spaß. Hör auf mich, du gehst für den Chopper. Wir müssen bereit sein, um hier rauszukommen. Ich glaube, ich bleibe mit dem Geld. Das ist ein Plan. Ich bin ein Plan für ein Plan. Ich bin ein Plan für ein Plan. Ich bin ein Plan für ein Plan. Max! Jetzt haben wir noch einen Sniper hinter mir. Ich werde mich mit diesem Mann erstellen. Alles klar, Mann. Ich gehe auch. Bleib in Kontakt. Oh, oh. Das ist ein Plan. Müssen wir machen? Teufel. Ah! Puh! Puh! So, wo geht's hier weiter? So, wo geht's hier? Come on, Centroli. So, ich bin ein Typ. Auf die Schlack, diese Fine Gentleman. Paramilitarie, ich weiß nicht. Trying of paramilitarisch. Paramilitaries. Right-wing guns for hire ex-Cops, military. I weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Aber sie positionieren. Warke auf die Militärte. Was jetzt mein Mann? Das ist das, was ich vor ihnen ein Leben? Was jetzt ein Halloween? Was hätten die Fabiana vor die Chieté River? Im Armour. Jesus Christ. Die hat ihn. Da geht's der Geld. Wir haben eine Frau und 3 Millionen Euro verloren. Der Boss wird uns eine Begründung geben. Ja, das ist alles falsch. Komm schon. Wir müssen aus diesem Ort raus. Take care of den Mann in der IT-Tower. Ich will dich auf dem Chopper. Ich werde eine Runde für die Lichtrege. Ich hatte ein Loch in meinem zweiten Lieblingsbruch. Und der einzige Weg, dass wir die Fabianne zurückkommen sind, war ein Loch zum zweitliebsten Trinkabend. Whoever our uninvited guests were, I was about done playing soldiers.